schon wieder gas überall gas hier soll ich das ding für euch reparieren ich mach das ok hier müssen wir wieder hochjagen so wie es aussieht das ganze hochjagen das macht doch alles krach ach ne hier geht's lang ok schön leise Lara wer weiß wer hier noch ist da kommt was haben wir denn hier oben ach ein Lagerplatz hier scheint nichts weiter zu sein an Gegner ein Fächer für eine besondere Gelegenheit wahrscheinlich eine Hochzeit sieht nicht älter aus als ein paar Jahre ja traumhaft schön ne hier Frau Mann fieses Schwert Samurai Mensch andere Seite das gleiche traumhaft schön einfach toll hier Beute können wir was bauen ne wir haben eh keinen Punkt aber speichern 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 kurz hinsetzen und das hier nicht verfügbar oh Pfeile die hätte ich ja fast übersehen sehr schön okay das da könnten wir in Brand stecken aber die Pfeile sind mir eigentlich zu wertvoll dafür gerade müssen wir hier das Gas wieder aufdrehen na dann jei ich gehe ja schon ein bisschen in Deckung gehen wieso komme ich hier nicht weiter gut ich dachte das rammt die Tür vielleicht ein aber so geht es natürlich auch normalen Pfeile wieder nehmen ach okay huch äh ups ja genau erstmal Randale machen ne wenn was nicht klappt einfach alles umruppen ja ich weiß dass sie fällt dir nicht sollst du doch langsam abgehärtet sein abgehärtet sein dagegen ich weiß gar nicht warum warum ist sie hier gerade nach rechts gesprungen so diesmal nicht diesmal nach oben danke ich glaube nicht dass sie da unten ist wollen wir einfach reden nein wir müssen sicher sein durchsuchen wir die Grube hey was ist da unten los oh hey der Pfeile schickt uns wir sind auf seinem Befehl hier was war das ich sehe mal nach hätte ich das nicht looten dürfen haben die mich dadurch gehört sauber sauberer Schuss von mir okay da oben geht es lang und da geht es lang ähm ist hier eine Karte nicht so wirklich ne jedenfalls verstehe ich die Karte wenn dann nicht ach was sagt denn uns hier unser Instinkt eigentlich können wir ja mal runter gucken kurz wir haben sie ja alle getötet vielleicht haben sie noch was schönes bei sich wieso habe ich eigentlich die ganzen Waffen geupgradet wenn ich jetzt sowieso nur noch einen Bogen habe finde ich nicht fair da blinkt noch was die Dinger die ich nicht verstehe okay hier geht es nicht weiter also nach oben doch ja wo ist eigentlich hier ganzes Blut hin wer hat es denn sich das abgewaschen zischt gerade ne scht abgewaschen kletter 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 rauf 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 immer schön die Treppe rauf dann kommt sie zu einer Klippe Kante immer wenn sie ihren Bogen von alleine zieht ich glaube das war der Hinweis dass irgendwer in der Nähe ist dreht er sich um ich weiß nicht mehr genau wie man die lautlos tötet ihr seid der Sturm der wütet in der Nacht wir sind eure Kinder wir verwalten den Tag bringt uns die Dämpfe okay das hat funktioniert oh 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 wen haben wir denn da ach du oh das sind aber viele huiuiuiuiuiuiui wie machen wir denn das ich weiß nicht ob das funktioniert was ich mir vorstelle den wegschießen ob die das sehen ich finde das ist jetzt meine beste beste was ich jetzt erkennen könnte ich weiß nicht schon ziemlich riskant was ich hier vorhabe mal gucken ich gehe nochmal da oben hin verschaffen wir nochmal kurz einen Überblick dürfte eigentlich keiner sehen dürfte keiner sehen ne dann machen wir das nochmal und danach entzünde ich das Gas bitte bitte funktionier bitte bitte so jetzt stecken wir das Ding da in Brand ich hoffe da gehen alle drauf ihr kranken Mistkerle da hat's BÄM gemacht Junge BÄM richtig geil oh oh ich glaube ich hab da was in Gang gesetzt in Gang gesetzt genau alles looten hier es wird nicht zurückgelassen es wird nicht zurückgelassen oh das arme Frau du hast es wohl nicht geschafft haben wir hier okay eine Reliquie und Level ab sehr schön noch ein schöner Fächer hier toll Baumschriften hier Baumschriften wunderschön da stand drauf ganz toller Fächer bitte einmal drehen äh ah Pfeiler na ach voll okay ja dann kann ich ja doch wieder ein bisschen spendabler mit meinen Pfeilen sein hier ist wieder zum aufdrehen ich bin aber ganz schön viele habe ich das Gefühl diesmal oh mal gucken was jetzt passiert ja hm wie nichts passiert oder ach okay und jetzt nochmal oder was okay äh 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 ein bisschen zu viel rum explodieren lassen na ich habe doch gesagt das geht nicht das war doch klar ich könnte doch jetzt nicht alles in die Luft jagen Sarah das kenne ich doch irgendwoher das habe ich doch schon mal erlebt ich bin aber schnell raus oh das ist aber kein besserer Ort glaube wenn ich hier rauskomme rahm ich dir deine Pfeile in den Arsch ganz schön hitsköpfig hey nicht anstacheln wir arbeiten hier hm der Käfig ist übertrieben seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen warum war das jetzt hier am klügesten ach der geht gerade weg na das ist doch nicht oh der geht auch weg die Sonnenkönigin sie wird uns endlich von hier wegführen dann ist alles real das heißt sie ist real ja und nichts wird uns aufhalten ich glaube nicht nach so langer Zeit alles wird sich jetzt ändern Bruder den haben wir schön erledigt wunderschön das hat doch super geklappt mal wieder okay danke 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 ich hatte ein bisschen Hilfe Grimm ja er hat es nicht geschafft scheiße man ich dachte immer den könnte nichts umbringen er hat sich geopfert damit ich es hierher schaffen konnte ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg sie halten Sam allein fest habt ihr Whitman gesehen er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen wir werden ihn finden und Sam auch aber von hier oben sind wir machtlos irgendwie kriege ich euch da schon raus damn easy ach da war ich ja nah dran mit Maya ist ja Namensverwandtschaft im Grunde okay wie holen wir die da jetzt raus kommen wir hier hoch ne hier kommen wir nicht hoch hier läuft ne komische Scheiße ab sie haben von einem Sonnengeist geredet Sonnenkönigin die alte Herrscherin von Yamatai das ist doch ein Witz du meinst das hier ist Yamatai ja sieht ganz danach aus na das ist ja mal was haben wir es also doch gefunden war nicht ganz so wie erwartet was die Untertreibung des Jahres Sam hat irgendetwas damit zu tun ihr Anführer glaubt sie sei so eine Art Schlüssel na toll einen eigenen Charles Manson haben sie auch er heißt Matthias arme Sam hoffentlich finden wir sie alles der Reihe nach erstmal müssen wir auf den Käfig raus ja ich wollte euch nur ausreden lassen ich kümmere mich jetzt um euch und eure Unterhaltung nicht stören so jetzt macht's bumm Leute ich weiß nicht ob das so klasse war hier wird's langsam instabil der Boden wölbt sich schon vergiss es Lara du musst einfach nur hier raus auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht du machst das großartig eins noch und wir können alle zusammen hier raus hä auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht wo wie was ähm da äh ach da oder was ne hä jetzt bin ich aber hier Instinkt ähm Gegengewicht Gegengewicht da drüben da hinten ah ok wir müssen nochmal zurück hui kommen wir hier durch ok ok andere Seite Gegengewicht verstanden da oben ich seh's jetzt seh's wie machen wir denn das jetzt noch ok irgendwie mit dem Teil da muss ich arbeiten aber wie genau einfach Gegenschießen das kann's ja nicht sein ne das kann nicht hinkommen ich muss doch irgendwo von da oben hast du freies Schussfeld von da oben hab ich freies Schussfeld wo denn oben kann man hier klettern oder was da klettern ich will euch da rausholen was denn oben da oben oder verstehe ich nicht da da drüben oder was wie soll ich denn da hochkommen ihr 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 hockt da drinnen und meint hier einen auf Klugscheiße machen zu können oder was gebe ich euch mal eine Laserschelle eine Erziehungsschelle hierhin hierhin jawoll ah ok da ok muss ich beide ok verstanden halt dich fest warum hältst du dich denn nicht vorher frisch wo 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 Leute bitte ich konzentriere mich hier hört auf hier die ganze Zeit mit mir zu reden ach Gott ey das ist doch zu weit ach da rüber ich kümmere mich doch schon drum ja ich mach einfach alles auf und jag hier alles in die Luft hier los springt ja wie ihr solltet springen habt ihr hier drauf geschossen das reicht nicht das reicht nicht ich kann nicht beide gleichzeitig hochjagen weiß ich nicht verstehe ich nicht darüber komme ich nicht wie jage ich denn beide gleichzeitig hoch wenn ich so durchschieße oder was ah ok naja dann geht's ich hole noch Sam und Whitman also das eine wenn ich das eine anschieße hätte ich das andere auch automatisch entzünden müssen und so und so die ich bei der kommt aber alles stirbt sein der treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke der Hubschrauber ist bald da naja hier ist ja was los finden sie Sam ins Feuer fire no ja feinde 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 wo 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 ach hier jawoll das habt ihr nicht anders verdient hier kerzen oh das ist immer nur gemütlich komm geht weiter haut ab da ok na zum Glück habe ich gewartet hat sich ja von alleine gekehrt oh hoch wow guck mal weiter genau immer in Bewegung bleiben hier draußen ist man eigentlich auch ganz ok knallt ein bisschen nach oben naja sind aber ganz schön viele von denen äh viele Anhänger hat der denn bitte gesammelt die neue Könige entzieht im Streit ich meine äh grauenvoll also man muss sich eigentlich umgucken das sieht schon echt schön aus mir gefällt das die Umgebung so das gefällt mir richtig gut da vorne hoch wie alles brennt hübsch gemacht vorsichtig auch wenn wir in Bewegung bleiben müssen Lara ich will nicht kämpfen mit denen was ist das? das ist ein toder oder? wie lang? was jetzt? das ist Messias niemand geht das habe ich auf japanisch vor dem Absturz gehört das Ritual aus dem Mikrosgrab was interessiert mich das ist so daran Leute im Westturm eingeschlossen das sind nicht unsere das interessiert uns nicht oder sind das schon das ist so Ah, verdammt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein! Ach, verdammt. Komm, komm, komm. Das gibt's doch nicht. Ich will mal den Bogen nachladen. Ach, da rüber. Okay. Verzögert der Sprung. Da hoch! Guten Tag! Brandschutzbeauftragter. Ihre Sicherheitsmaßnahmen sind miserabel. Was ist das? So ein Mikroßener Kerzenständer, Mann. Hier sieht's aber noch ganz in Ordnung aus. Ach, der hier. Komm, gib ihm, gib ihm ne Schelle. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja. Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn's sicher ist. Das ist ja ein Typ. Der hat ein Pfeil verdient, Lara. Ich trau dem nicht. Ich trau dem nicht. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst. Sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre Mephias. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft. Aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, klar. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Tja, Dimitri. Das wird schnell vorbei sein. Warte ich, ja. Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor euch. Ist okay. Küsst euch. Ist okay. Alles wird gut. Als Begrüßungskuss. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, bevor er zurückkommt. Endlich wieder Knorn, ja. Whitman. Whitman. Der Wut so hell ist ja. Na komm. Lauf, Lara, lauf. Pass sie. Zurück. Zurück in den Drohensaal. Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Das sehe ich nicht so gerade. Ich lade gerade nach. Das ist so eine Frechheit. Das sind das viele. Munitionen alle? Noch jemand? Woa. 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 Lauf, 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 lauf. Der da mit der Knarre. Gefällt mir nicht. Der hier hinter mir gefällt mir genauso wenig. Der ist aber schnell. Und ich bin tot. Warum ist denn der so schnell? Verdammt. Und ich habe die ganze... Äh... Dings Munition verbaut. So, den hätten wir. Jetzt bist du dran. Das ist eine Schrotflinte. Eine Shotgun. Wo geht's? Oh, hier ist was. Munition. Sehr schön. Okay, das haben wir dann im zweiten Anlauf doch ganz gut geregelt. Okay, ich glaube wir haben hier alles. Dann hauen wir mal ab. Ja. Und eine Ehrenrunde. Oh, Munition. Genau deswegen habe ich die Ehrenrunde gedreht. Okay. Ich denke, ich bleibe jetzt mal auf der Shotgun. Falls hier noch so eine dicken Borschen ankommen. Oh, so hübsch. Kämen Sie sich den Weg aus dem Palast frei. Okay. Das soll ich auch nicht, was die maus halten. Okay, der letzte Schuss hat einen aus dem Latschen gehauen. Aber die Waffe gefällt mir nicht so. Also, die halten ja ohne Ende aus. Vielleicht gehen wir lieber auf die Pistole. Das ist ja nicht normal, was ich in die reinballern muss an Schrot. Ach Gott, schon wieder so einer? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Reflexschuss. Achsschuss. Kann man auch sagen. Da war was. Munition. Okay, okay, zurückziehen erst mal. Oh. Schnell. Oh, oh. Munition, alle. Nein. Nein. Nein, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Haut ab. Oh, nicht so einer. Okay, den haben wir. Bist du noch krank? So. Puh, okay, okay. Wir haben alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Lerber. Ist hier noch jemand? Noch jemand was? Von meiner Sarah Jane spüren? So heißt meine Shotgun Sarah Jane. Möchte hier jemanden noch etwas davon kosten? Hier, schöne Rüstung. Können wir uns eigentlich anziehen? Ich hab noch eh noch Munition. Oh. Los, alle! Findet die Auserwählte! Du bist jetzt hier der richtige Macker, oder was? Ich hab' auf dich gewacht! Du hast keine Wuppe! Ich hab' auf dich gewacht! Du hast keine Wuppe! Wow! Äh, nee, hier war, glaube ich, nicht so clever. Oder? Bin ich hier nicht hergekommen? Doch, hier bin ich hergekommen. Verdammt! Okay, ähm... Komm, 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 komm! Sarah, komm, komm, komm! Weiter, weiter, weiter! Einfach laufen! In Bewegung bleiben! Ich würde das schon wieder durchschießen, denke ich mal. Das war's mit dem Versteckspielen. Jetzt bist du fällig, Mädchen! Wo er zielen kann er nicht? Ich hab' gar nicht so schnell begriffen, warum ich nicht schießen konnte. Man muss doch leer, was zu drücken. Oh, ja! Oh, yeah! Baut das Ding an! Jawoll! Dieser Rambo-Scheiß! Granatenwerfer drücken Sie mittlere Maustaste, wenn Sie das Gewehr ausgerüstet haben, um damit Metallbarrieren zu zerstören. Oh, nice!